Jau Leute, hier ist wieder Tanzverbot. Was ich jetzt über die letzten drei Stunden erlebt habe, das wünsche ich niemanden, der Angst vor Spinnen hat. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wo ich einfach nur mal so ein kleines Update gegeben habe über meine Wohnsituation, wie es halt bei mir aussieht. Und da gab es auch so einen kleinen Abschnitt, wo ich hier so ganz cool eine Spinne präsentiert habe, wo ich so ganz cool rangegangen bin. Oh ja, die werde ich nachher erledigen und sowas. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe so einen Kindheitstrauma mit Spinnen. Meine Mutter hatte panische Angst vor Spinnen. Die können auf eine Fingerkuppe passen und trotzdem würde die rumschreien. Und das habe ich scheinbar in der Kindheit so übernommen. Keine Ahnung, das war mega schlimm gewesen. In der Kindheit vor jeder Spinne, wenn ich im Pool war und dann eine Spinne ertrunken ist, mich kribbelt es gerade am ganzen Körper. Es ist super widerlich, ihr müsst unbedingt dranbleiben, weil das ist eine Geschichte, die wünsche ich niemanden, niemanden, der Angst vor Spinnen hat. Und zwar wollte ich jetzt, habe ich halt so den ganzen Tag, habe ich hier geguckt und die ist halt immer so hin und her gelaufen. Die ist immer hier, da oben ist noch so ein Vieh, aber das ist keine Spinne, sondern irgendein anderes Ding, das interessiert mich nicht. Und die ist hier immer hin und her gelaufen, immer in diesen Kacheln. Und das sah so mega widerlich aus. Das war so ein Opa Langbein gewesen. Die sind so richtig, oh, ungelogen, das zieht durch meinen ganzen Körper. Ich habe so extrem Angst vor Spinnen und ich weiß nicht warum. Die Dinger, ich könnte die einmal umboxen und dann wären die tot. Und das sind denn, hier in Deutschland muss man sich nicht mal Sorgen machen, dass sie an die Dinger umbringen oder sowas. Aber dann ist es hier halt, dann wollte ich halt schlafen gehen so langsam und dann habe ich mir halt die ganze Zeit gewünscht, dass die Spinne dann so einfach schnurstracks hier den Weg nach draußen nimmt. So, ich habe die ganze Zeit das Fenster offen gelassen, in der Hoffnung, dass die Spinne einfach rausgeht, weil ich wollte einfach gar nicht in den Konflikt mit einer Spinne kommen. Ich habe einfach zu dolle Angst, als dass ich die jetzt einfach in die Hand nehmen könnte oder sowas. Das kommt dazu. Ich hatte Zeiten gehabt, da war ich im Garten unterwegs gewesen. Mein Opa hat einen Garten, dann war ich da gewesen. Dann gab es halt teilweise auch Wochen, da hatte ich kein Problem mit Spinnen. Da habe ich so einen riesen Opa Langbein oder sowas einfach in die Hand genommen und habe damit so rumgespielt, so als ob es nichts wäre. Und heute habe ich hier ungelogen drei Stunden, also nach dem Video habe ich natürlich immer mal wieder raufgeguckt. Die war halt, wie gesagt, immer hin und her, hin und her. Aber da hat es mich halt nicht weiter interessiert, weil die halt nicht in meiner Nähe war. Aber dann wollte ich halt schlafen gehen. Hier ist mein Kopf und da war die Spinne gewesen. Und das konnte ich mir nicht antun. Und dann habe ich die verzweifelt. Dann habe ich irgendwo versucht, ein Deo zu finden. Habe ich die verzweifelt versucht, anzusprayen, weil ich dachte, dass sie dadurch erstickt oder erkältet, weil das ist ja echt kalt, was da rauskommt. Ich habe ja auch manchmal so ein Brennen unter den Achseln, weil ich mir zu nah das Deo rauf mache. Und ich dachte, den selben Effekt kann ich bei einer Spinne auch ausüben. Aber es hat nicht funktioniert. Dann hat die angefangen zu taumeln und es wurde immer ekliger, immer ekliger. Und dann habe ich irgendwann dieses Ding hier genommen, was ich eigentlich für das Baseballspiel genommen habe. Und dann wollte ich die mit dieser Spitze hier, ihr seht es, mit dieser Spitze wollte ich die erschlagen. Dann gehe ich da so ganz langsam an, so richtig zitterig. Ich weiß nicht warum, dann habe ich da ganz schnell hingestochen, so auf die Spinne und habe das sofort so schlagartig losgelassen. Also richtig, es ist wirklich so fallen gelassen. Und dann sehe ich die Spinne nicht mehr. Und dann habe ich nur gesehen, wie die denn da so hinter mein Bett gefallen ist. Für mich war, die Welt war für mich vorbei gewesen. Ich habe jetzt hier eine Stunde hinten auf meinen, wann komme ich rauf, hier auf meinen Stuhl gesessen und konnte gar nicht mehr. Ich bin einfach nicht mehr klargekommen auf mein Leben. Wenn ich jetzt über dieses Thema rede, ich habe jetzt so viel Zeit damit verbracht, diese normale harmlose Spinne aus meinem scheiß Zimmer zu entfernen, das ist so ekelhaft. Dann ist die da runtergefallen und ich habe immer wieder mit dieser scheiß Tafenlampe hier hin und her immer wieder hier an den Seiten geguckt, ob die da hochgekommen ist. Und dann habe ich gedacht halt irgendwann, nee, dann habe ich die Spinne umgebracht, dann ist nichts dabei. So, dann hole ich mein Handy hinten hier vom Schreibtisch und will das hier ran machen. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Dann, seht ihr das hier? Hier sind meine ganzen Stecker und alles. Da kann ich halt aufladen und dann war die Spinne hier hinter gewesen. Könnt ihr das sehen? Hier hinter war die Spinne gewesen. Die war einfach hier. Die war einfach neben meinen Kopf gewesen und ich bin... Leute, ich habe... So ein ekelhaftes Gefühl hatte ich noch nie gehabt. Und ich habe Leo Machère Videos angeguckt und ich habe mir Simon Dessier Videos angeguckt und ich habe mir dieses sexualisierende Video von Vizca Barca gestern angeguckt gegenüber seiner Schwester und das war alles nicht so widerlich wie das, was ich heute hier durchgemacht habe. Ich wünsche das niemandem. Ich werde nie wieder mein Fenster aufmachen und es ist mir egal. Ich werde andere Möglichkeiten finden, aber das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Alle Leute, die Angst vor Spinnen haben, ihr werdet das nachvollziehen können. So, ich habe auch keinen Staubsauger und kein gar nichts. Es ist einfach so ein widerliches Gefühl. Es geht immer noch durch meinen ganzen Körper immer wieder so ein Krausen und ich bin gerade so befreit und ich weiß halt, die Sache ist halt, ich habe mein Fenster Tag und Nacht offen. Also manchmal weit und manchmal habe ich es halt nur angekippt. Die Sache ist halt, ich weiß nicht mal hundertprozentig, also ich gehe einfach davon aus, aber ich weiß nicht mal hundertprozentig, ob die Spinne, die hier war, die ich hier runtergetreten habe, ob das die war, die da war. Das ist die Sache. Und jetzt muss ich mit diesem Gefühl schlafen gehen, weil ich werde bestimmt nicht mein ganzes 400 Kilo-Bett jetzt zurückschieben. Leute, ich bin am Ende. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr da schon für Erfahrungen mitgemacht habt. Das ist, ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich meine es todernst. Das ist so ein, ich habe, ich mache die Augen zu und ich sehe einfach dieses, dieses Opa-Langbein laufen, wie das versucht, sich hier durchzuschlängen, durch diese Pyramiden-Schaumstoff. Das ist, das widerlichste Gefühl überhaupt. Das gibt kein widerlicheres Gefühl, ganz ehrlich. Ich wünsche das niemandem, ich wünsche jedem von euch, dass ihr niemals Spinnen bekommt. Holt euch Fliegengitter oder sowas, ich werde mir das jetzt auch ranmachen irgendwie. Auch wenn mein Fenster sehr komisch ist, weil das so riesig ist und ich werde es schon irgendwie hinbekommen und ich habe einfach so mega Angst und ich musste das jetzt einfach loswerden und ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt hier keine Spinne hier hochkommen sehe oder sowas. Das wäre der absolute Horror, wenn ich hier so liege, mich zur Seite lege und dann sehe ich einfach so mit halbem Auge, wie hier so die Spinne langläuft. Das würde mich umbringen. Das würde mich einfach umbringen. Ihr seht auch, ich bin nass geschwitzt, ich kann nicht mehr. Das war eine Situation, die hat mich so zerstört und ich musste das einfach mit euch teilen. Mir geht immer noch so ein Zittern durch den Körper, immer wieder so ein Aufkommen. Man merkt das immer wieder im Körper. Ich muss das jetzt einfach auch nur loswerden und ich habe euch ganz doll lieb und ich will hier einfach kein Viehzeug drin haben. Das ist so ekelhaft. Ich hasse, warum gibt es so Insekten und warum gibt es diesen ganzen Müll? Keine Sau braucht das, ganz ehrlich. Nennt mich Pussy oder was auch immer, aber ich bin absoluter Real Talk. Es ist einfach nur widerlich. Einfach nur widerlich und ich wünsche das niemandem. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder so. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Vielleicht jetzt, vielleicht morgen und ja, wir sehen uns. Haut rein.